Hi Leute und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play Dota 2 mit dabei Vitamin S, Z und 3 random Menschen. Spieltüb Single Draft. Jo. Einmal Mr. Kuli7. Der Kuli7. Wenn man joinen würde. Ja. My own owner. Ja. Aber es ist besser so, weil die haben wir natürlich den Perfect im Team. Ja. Ja. Aber wir haben den Trumbl Maker. Ja gut. Das natürlich. Kommt der jetzt nicht. Ja. Och Mann. Aber er kommt jetzt nicht, als wir dann im laufenden Spiel diskutieren. Oh, da ist er. Hm. Findet ja Stoff statt. Hä? Ich hab Laien. Oh, ich hab Viper. Ich nehm Viper. Ich hab Licht, Viper und Titan da. Ich hab Earthbill, Laien und Viper. Ja. Ich nehm Viper. Wenn sonst keiner in die Mitte geht, geh ich vielleicht. Mal gucken. Viper hab ich ein oder zweimal gespielt, aber die ist eigentlich ganz cool. Aber damit kann man auch gut feeden. Ich glaub die hat nicht viel Leben am Anfang ne. Viper? Ja. Ja. Obwohl ich glaub die ist im Early-Game richtig stark schon. Ja. Durch ihr Passiv. Ja. Ein Stück hoch. Häufig mach Viper fest in der Mitte. 10 Sekunden remaining. Oder Viper auf ne 3-Lane, das wär auch mal gut. 5 Sekunden remaining. Ja. Ich glaub das wär ein bisschen... Weiß es nicht. Ja, wir gucken mal. Spielst du auf Carry? Ja, denk ich mal. Denk ich auf tight. Ja, ich glaub das ist auch nicht mehr Zeit. Ja. Ja. Ja, du sagst. Ja. Ja, du sagst. Ja. Ja. Die Viper. Jetzt ist die Queen of Pain in der Mitte. Gucken vielleicht will die ja... Ne, Awards hat sie keine, aber die wird Mitte spielen wollen. Queen of Pain? Ja, dann geh ich unten. Ist in Ordnung. Ja. Ja. Unten mit Crystal Maiden ist eigentlich ganz gut. Ja. Wobei, ihr seid beide in Range. Ja, ist doch nicht schlimm. Ne, ne, ich komm runter. Am besten ein, äh... Fast 1 Million in allen Range. Stimmt, ja, hast recht. Ich bin das Spiel ja noch am Lernen. Ich hab ja die meisten Spiele immer alleine gespielt und einfach nur rumprobiert. Ja. Ach, man ist immer noch am Lernen, man ist... Man muss bei dem Spiel so oft viel lernen. Ja, das stimmt. Vor allem, du kannst nicht alles über alle Helden wissen. Das geht, ne? Das ist... Da musst du schon tausend Spielstunden haben oder so, keine Ahnung. Und vor allem, das hört ja auch nicht auf. Die ganzen Updates ändern sich ja immer noch Sachen, ne? Ja. Wenn jetzt wirklich der neue Held kommt, das wär cool. Kam schon länger nichts mehr, ne? Ja. 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 Ich hab beide vergisiert. Fokus, ruhig Jaggernaut, ne? Das ist der Karribide, der darf nicht fahren. I glide on. Gliding in. Forward. Prison burn. Shield burn. Halt her. Geil. First Blatt. Nee, war kein First Blatt. So schnell bindet sich das Blatt, ne? War kein First Blatt. Ach, das sei kein First Blatt, wenn's getreilt wird? Nee. Schade. Oh, guck mal, ne? Die... die hätten fast nicht bekommen. Oh, dann ist der Lager noch gestorben. Ja. Es bindet sich so schnell, das Blatt hier. Aber das unterschätze ich auch immer noch selbst. Aber weißt, wo dran's lag? Der hat seinen Stun verkackt. Ja, der hat keinen Stun. Ach, du meinst der Jokiro, ne? Die Ice Wall da, ja. Wenn ich da drin gewesen wäre, wäre ich tot gewesen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass der... so schnell, äh, da umgeht der Jokiro. Ja, der hat, der hat am Anfang nicht viel. Ja. 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 Ja, Jokiro hat einen Diskontakt und die Pausen, nicht die Ficker. Hier ist Poison in deinen Augen. Ja. Ragequid. Haha. Ja, da schreibe ich jetzt! Haha. Scheiße, wie der Mist. Ja, aber bei mir so dominieren, ne? Das ist halt... Teil so. Haha. Haha. Christen Maiden wurde oben vom Brizzled Back. Vom Brizzled Dick. Oh, fuck, hatte schon einen Double Kill. Ich hab diesen 60 Nice. Ist das gut oder ist das gut? Das ist cool. Ja. Ich fliege in eine Rage. Wird mal helfen? Wird mal helfen? Oh, der ist fast tot, der vielleicht. Mann. Hast du ihn bekommen? Nee, der hat beide gekriegt, Tusk. Egal, hauptsache sind beide tot, ey. Voll gut. Gut gespielt. Und ich hab Gold. Ich beide Assists gekriegt hab. Kommt kein gut gespielt zurück, der Ficker. Junge ey, wahrscheinlich denkt er, dass es sein Verdienst ist. With malicious intent. Ein Juggernaut kann man eigentlich direkt wiederholen. Der Tusk will den direkt wiederholen. Ich sag's dir, der ist nämlich noch. Ah, jetzt ist er Level 3. So anfängt. Ich hab' ihn weg. Ich hab' ihn vorbei. Ja. Ich hab' ihn weg. Aber Jackei. Halt den jetzt auf den Boden aus dem Boden aus. Es ist ein D surgewer. Der ist gerade aus dem Boden. He-he-he-he. Der ist krass, ne? Is schon krass. Ich hab' ihn offen. Einen Tango? Einen Tango noch. Müsste eigentlich Back-Gain. Ja, ich stehe auch gleich Back-Gain. Oh, 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 komm zurück! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ist der blöd, warum hat er nicht gestattet? Er hätte nicht töten können. Ey! Lohnt sich's mit Viper, äh, Dings zu holen. Hier, dass ich Lebensregeneration, also Lebensraub hab. Also, aber momentan, äh... Ich hol mir die jetzt einfach mal. Weiß ich nicht. Doch. Dann brauch ich nicht heilen gehen. Die hat ja auch schon... Boah, diesmal bin ich reingerannt. Da hat er Schwein gehabt. Die machen nichts draus. Und dann holst du dann auch seine komische Skar. Ja, ganz ehrlich, leck ich bei denen so? Dass ich da noch an der Stelle war. Guck mal, wollen wir noch mal töten? Nee, ich hab zu wenig Leben. Guck mal, dürfte ich mit dem Ding ins... Guck mal, der hat keinen Stunt mehr. Geh auf Sakiro, bitte. Der stirbt schon, der stirbt schon. Oah. Das sind mich. Ich hab auch noch. Geil. Oh mein Kieler. 8-2 und Gear Up, report on my team. He he. 9-2. Stimmige. He he he. Das ist gemein. Vor allen Dingen, wir sind beide schon Level 6, ne? Ja. Das war ich glaube ich nach 6 Minuten, außer in der Mitte auch noch nicht. Being bad is no reason for a report. Ich kann eigentlich Juggernaut wieder rein. Guck mal, ich bin fast wieder vollend. Warte, warte. Ich hab Ulti im Prinzip. Ich auch. Du kannst dein Ulti raushauen, go. Jetzt nicht, stopp jetzt nicht. Er hat zurückgehören. Ja, ich stirb da. Stirb da noch? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Ulti genauer kann. Ich hör mal, Manna Boots. Ich bin gestorben, der Ficker. Sinds beide hier da? Ich bin gewastet. Keine Panik. He he. Ah, die Ulti war nicht die beste, aber... Ich hab'n noch geholt. Ich hab'n noch geholt. Das heißt, wir haben den Rape hier schon wieder... Ohne Scheiß. Wir beide haben sechs Kills gemacht. Plus die von... Dingens noch. Ne, sieben mit dem ersten First Blood. Und noch zwei von Tusk. Das heißt, wir haben schon zusammen... Sechs, sieben, neun Kills gemacht. Neun von 13 Kills. Also ich würd' sagen... Jo. Wir wurden gefedert, aber... Wir haben's auch gut gemacht. Tusk kam natürlich auch verdammt schnell runter. Ja. Ja, das hat er gut gemacht. Der war schon der Initiator dafür. Was ist das gemein, ey? Bin ich in den Arschloch, Alter? Warum? Kurz geschrieben, man. Oh, ist das gemein, ey. Ja. Er lernt's aber auch nicht. Oh, oh. Der killt mich. Jetzt bin ich doch gestorben. Ja, ich bin gestorben. Oh, okay. End the game. No reason to play. Ihr steht jetzt bestimmt AFK in der Base, ne? Ja, genau. Das ist in der Mitte. Ich geh mal Mitte. Ich geh mal Mitte. Oh, auch mal Mitte. Wartet der nett mal. Wartet der nett mal. Du bist so killgeil grad. Ich? Ja. Ja. Ja, das ist echt. Pass auf, der Dauer. Du bist killgeil. Scheiße. Lass nehmen wir's ohne. Die hol ich mir mal. Natürlich bin ich killgeil, Mann. Komm, wen holen wir denn jetzt mal? Ich glaub, Lüffel wird sterben. Ja, der wird sterben. Ja, der wird sterben. Dem Tauer ist schon fast platt oben. Und nach 10 Minuten geht das mal, ne? Swoop the barrel. Yes. Ja. Die Strukturen sind 45. Deine Oberstelle ist unter attack. Meine Seele ist höher. Deine Oberstelle ist unter attack. Digga, du stirbst. Ja, ich lauf nicht in die richtige Richtung. Warum? Ich klicke nach links und lauf nach rechts. Das hatte ich jetzt schon ganz oft bei dem Game. Oder nicht bei jedem Spiel jetzt, sondern bei Dota einfach. Du schreibst mich in den royalen Katakomben. Wir sehen, was du getan hast. Die Strukturen. Ah! Ich würde fast halb von dir lieben. Dein Oberstelle ist unter attack. Queen of the Balm beschwert sich über den Juggernaut. Und unten sind zwei. Deine Oberstelle ist unter attack. Mit mir. Ihr Mehl-Tower ist unter Attacken. Die Annias-Tower ist unter Attacken. Ihr Bottom-Tower ist unter Attacken. In-Deed. With malicious intent, My phone drip. Gliding in. Mega kill I glide on Killing spree Wie du bist gestorben Ja fuck ich bin gestorben alter Warum bin ich gestorben? Wer hat mir die Demoge gegeben? Bist du im Blick? In seinem Passiv Bist du im Blick? Ich fliege in eine Rage Aufwärts Deine kleine Tauere ist unter dir Er schlägt seine Ulti einfach mal raus Komm mal Bottom zu euch Können wir mal zusammen pushen Ja Ja Fuska Guck mal ist der Fuska blöd ey Hau ab den, den tötest du nicht Oder? Ja Fuska Ja Fuska Ja Fuska Ja Fuska blöd Der macht seine Ulti auf den Tank Ja Fuska Bisschen Leben mal wieder hier holen Ja Fuska Ja Fuska Ja Fuska Ja Fuska Ja Fuska Ja Fuska Ich bin Urge Haa wo sind die gegner afg in der base da ist einer vor der ulti rein ich bin gestorben aber ich habe noch einen geholt und der ist auch tot habe ich gerade so ein bisschen die übersicht verloren wo ich da gestanden habe ja die übersicht die verliert man schnell das kenne ich und 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 Don't forget to report Jakio and Juggernaut in Huska for International Feeding and Destroying the Game Ja, der geht einfach oben mal voll rein Ja, der geht einfach oben Boa, was für dich der Geist? Nimmt er denn den Farmen sich noch mit? Ich nehm den Tower mit. Und ein Teil vom Farm. Was macht er denn? Ich hab völlig verrafft, dass ich da gestanden hab. Ich brenne, ich brenne. Ja, die spielen schon alle gar nicht mehr, hm? Okay, das war ein bisschen zu gezeugt. Ah, war da ja. Ja, das war ein bisschen zu gezeugt. Ja, das war das. Ja, das war das. Ja, das war das. Ja, das war's. Ja, das war's. Haha. Lockt der noch die Creeps weg? Will er das noch hinauszögern, hir? Das war mal ein guter Beginn unten, muss man ja schon sagen. Ja, das haben wir beide hervorragend gemacht. Ja, das war mal 5 Brudelie. Obelfound hier aus. Wie, Queen of Bane! Was ist denn für Items? Oh, nichts. Acker. Was ist denn noch? Was ist denn noch? Oha. War da kein Held von uns grad drin? Habe ich hier grad so daneben geguckt. Kommt Juggernaut, pass auf. Ich meine, du hast zwar viel Leben, aber... Ja. Ohohoho. Ohohoho. Ich bin in der Luft. Ich bin in der Luft. Ich bin in der Luft. Ich drehe in der Luft. ich habe gehört zu gibt es eine fette 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 party hilf mir was soll ich machen wie hat er mich denn jetzt noch gekriegt werden von dem du du seid ach dieser zladar die zweite war ein bisschen gewastet ja aber hätte ich bock drauf alles fertig nicht man Ja, die wollten fieden damit, oder? Ja, die wollten mit dem verteidigen. Ist besser als der Chagunaut, gell? Das war ein schöner Chagirus dann. Was wollt ihr mal so sagen, ne? Oh, haut der Chagunaut sogar noch seine Ulti raus. Oh. Oh. Nein, ich krieg Mana für die Ulti. Ich hab's gesehen. Ich krieg Mana für die Ulti. Ich bin die zweite. Fuck the fucking fuck fuck. Ich bin so ein Fieder. Elf, vier. Meun, sechs, man. Oh, ich hab 18 Assists. Weil du hast 19. Ja. Ja. Fiki, Fiki. Jo. Fidi, Fidi hier. Jetzt ist hoch? Hä? Jetzt ist hoch, ja, ne? Ja. Ja, klar. Die Muskeln! Wollt ihr wundere, was das war? Hier ist es! Danks! Strip-O-Kill! Komm! Komm! Ich will mal eine Ribbit raushauen, eine Ulti! Ich glaube, da kommst du nicht mehr zu. Dann müssen wir schon zur Base gehen. Ach doch, ich bin... ich geh da hin. Ich komm mit. Ich hätte jetzt theoretisch auch mein Argan im Ziff fertig... Ah, da kommt doch einer! Komm sogar mehr, komm! Auf drauf! Oh nein! Kevin Spree Double Kill! Oh, Queen of Pain! Wie wir alle vor den Stacheln hängen! Das ist finished! Ja, das machen wir verdammt kurz, das Spiel! Haha, GT! Ja, und wer hat's initialisiert? Wir beide! So sieht das nämlich aus! Ja! So beim Team weiß es nicht! Aber Queen of Pain und Crystal Maiden haben auch... Gut, Crystal Maiden hat gut Support, die hat mich immer geheilt, aber Queen of Pain war auch nicht so gut! Ja, aber wenn die Gegner natürlich international Feeding betreiben, dann ist das nicht so schwierig! Ja! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! diesen Kasper